Folgendes Sommer, wir haben hier heute die Startmatik wieder deutlich darüber laufen, damit wir auch die Zeit gleich nehmen können. Obwohl, wie natürlich, wie immer, bei uns und wann die Läufen absolut nebensächlich ist. Ihr habt einfach Spaß, bei diesen schönen Wetter über die Kölner Straße zu laufen, die wir extra für euch gesperrt haben. Das ist einmalig, das könnt ihr sonst das ganze Jahr nicht machen. Ich wünsche euch viel Spaß bei unserem eingekürzesten Arme in unserem Sparkasschen Nachtlauf. Und wir starten und guten Nachtlauf gehen. 5, 4, 3, 2, 1. Dann kommen wir auch schon in den letzten Jahren hier. Und das war so. Dann auf die Beine zu nehmen, dann waren sie auf die Stadion. Das war noch nicht so. Das war die Stadion. Das war die Stadion. Und dann wurde die Stadion auf die Stadion. Das war die Stadion. Na, fährt schon mal. Der Stadion ist ein Schaum. Aber nach dem Täter sind die Stadion. Zwei Jahre, die Sie mit dem Leben haben in der Stadion. Das war's für heute. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.